yo 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 und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren real talk von meiner seite ja heute geht es mal wieder um ein paar themen oder um ein paar aktuelle themen und zwar fangen direkt mal an ja was mache ich noch also mein kanal aktuell was mache ich im moment noch und wie will ich weitermachen also ich mache im moment ja noch squadbuilder fifa 16 star wars battlefront und tutorials ja da wird auch erstmal weitergehen eventuell wird noch das ein oder andere mario kart kommen vielleicht auch mal models schatten wenn models schatten kommen soll bitte in die kommentare und die raffia rtg kommt leider nicht und zwar bin ich in fifa moment ist ebbe und ich muss meine teams auflösen um weiterhin so viele drafts zu machen deswegen ein appell habt ihr coins übrig spendet mir das gerne ich werde das sinnvoll für videos verwenden keine angst und ich hatte auch noch ein paar specials geplant eigentlich auch basketball challenge aber der challenge aber die aufnahme ist leider nicht erfolgreich geworden dann bräuchte ich auch noch hilfe von der community mit einem speziellen nach effekt übersetzungsvideoprogramm ich habe jetzt übersetzt das programm heißt natürlich nicht nach effekt ja und da müsste mir noch einmal jemand helfen und dann würde mich auch die endcard wieder kommen denn ich hatte nur die testphase dann werde ich auch weiterhin aktion mit facecam machen auf jeden fall und ja also nicht nicht immer aber immer mal wieder bei den tutorials natürlich nicht das ist einfach nicht sinnig dann falls ihr noch vorschläge habt dann gerne in die kommentare habe ich immer bock drauf ich habe immer bock neue projekte geilere projekte zu machen falls ja das ist es eigentlich also es ist heute ein kleiner real talk dann der dritte punkt danke ich natürlich wie immer für euren support der sich gerade in den like zahlen überragend widerspiegelt meiner meinung nach ist selbst ein like schon extrem viel wert und viel mehr als aufrufe ich werde auch übrigens noch weitere videos bezüglich ncs songs und sowas machen und ja ich werde auch ein kleines 150 abonnenten special machen wobei die 150 oder das abonnenten special da nur steht damit da was steht weil ich würde das video im prinzip so oder so machen und zwar werde ich euch mein ja meine meine aufnahme sachen wie ich aufnehme das werde ich alles erklären meine gaming maus oder mein pc mein monitor mein aufnahmegerät gut meine playstation 4 muss ich vielleicht nicht zeigen tastatur alles mögliche werde ich euch zeigen was in richtung was hier bei der aufnahme mit mitwirkt mein mikrofon et cetera ja und dann habe ich mir auch überlegt ein neues mikrofon zu kaufen und zwar natürlich es kennt im prinzip jeder road nt1a rode nt1a complete vocal recording bundle ich mache jetzt hier kein product placement aber thoman ist echt eine krasse seite ich werde natürlich nicht dafür bezahlt ich sage es einfach nur weil da habe ich mein mikrofon ich habe sehr viel geguckt ich war erst beim audio technica at 2020 usb plus am überlegen aber durch das road nt1a oder rode nt1a gerade über das behringer mischpult q 802 usb ist das auf jeden fall habe ich die möglichkeit über 3,5 mm klinke und usb rauszugehen wer auch hier eine erläuterung haben will ich werde mir das in richtung sommer wahrscheinlich wahrscheinlich zulegen ja im moment ist ja noch das namen soll meteor mik am brasil und auch mal die audio qualität müsste sich aber verbessert haben und ja dann war es das eigentlich auch schon mit dem real talk also es kommt es kommen auf jeden fall wieder videos ist nicht mehr so viel wie vor im ersten quartal also das zweite quartal wird nicht so groß sein das ist auch einfach bedingt weil ich auch nicht immer videos machen kann slash möchte und im moment auch nicht so viel zu zocken habe tatsächlich ich zocke im moment nicht so viel ich gibt momente wo ich deutlich mehr spiele vor allen dingen sehe ich im moment auch keine spiele außer tatsächlich star wars battlefront die noch potenzial haben fifa 16 wird so ein bisschen hoch gehalten durch ea und es ist halt übelst beliebt deswegen gehe ich auch in andere schienen über und ja dann bedanke ich mich fürs zusehen und schaut euch noch mal meine videos ein sorry dafür dass die endcard wieder verschwunden ist und bis zum nächsten mal bis dann leute ciao